Hallo liebe Freunde, das ist der Christian Allinger, euer Wurstkünstler. Ich bin hier zu Gast bei Ernst Istronitz, bei einem tollen Künstler, der gleichzeitig auch Kabarettist ist. Und jetzt fragen wir ihn einmal, wie hat es ihm selber sein, euch eine Ausstellung gefallen? Ja, es war recht spannend, jetzt war es nicht leid da. Ich bin begeistert von der Organisation. Ich bin sehr jung, die Galerie hat es super hingekommen. Ja, wenn ich jetzt noch Bilder verkaufe, dann wäre es super. Du hast mich während deiner Singerei mit dem Hut einmal erwischt. Du hast mich erwähnt gehabt. Naja, da haben wir gedacht, irgendein Medium Hut brauche ich dazu, dass wir ein bisschen Spaß machen. Und deren Spaß versteht. Ja, da bist du springen, oder? Das ist so gut gewesen, ja. Und dann hat man voll taug. Na gut, liebe Leute, hat mich gefreut. Viert dich. Tschüss.